Ich wünsche euch herzlich willkommen zu einer Runde Overwatch mit meinem Bruder. Jo, wir spielen Overwatch mit der Maus. Das heißt, ich bin an der Maus. Nein, du bist an der Maus. Und ich bin an der Maus. Du musst lauter reden. In dem Brotok. Lauf, vorne, vorne. Na, kommst du mit dem Springen und so, ne? Du kannst auch nur wehdrücken, weil ich kann auch steuern mit meinem Ding. Kann ich eigentlich auch den finden? Nein, der kann man nicht überwenden. Ne, mit, äh, mit, äh, Shift machst du deine eine Sache. Und, äh, mit E kannst du dich da selber heilen. Okay. Ja, du bist fängig. Ich bin nicht. Du bleibst. Stunt. Okay, okay, ich bin schon. Ich bin schon, ich bin schon. Gut. Lauf, läuft. Wir haben dieses Ding erobert. Gleich, was? Okay. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. Zwei Leute auf uns gegangen. Ah, Mitte. Mitte. Das ist ein Spot für die Fans. Die haben gleich Ulti, ne? Die machst du mit, äh... Stopp. 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 Du hast dich auch dabei bewegt. Das wusste ich nicht. Ich muss doch sagen. Aber du hast viel, viel damit gemacht. Gut gemacht. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Ich weiß, aber... Ich zeige mal vor, ein Gegner wäre von hinten. Warum geh da hin? Du hast die Welt. Du hast eine Welt. Das ist die Welt. Du hast es die Welt. Einies. Du hast es die Welt. das ist drüber und er an der Maus aus. Und wir haben ja das Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ja, könnten wir machen. Dann musst du H drücken. Wir könnten einen anderen Tank zum Beispiel spielen. Ich meine diesen Baum-Ding. Welcher Baum-Ding? Welcher Baum-Ding? Alles klar. Durchspielen wir Orisa. Das kann er. Schiff. 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 Nachladen. Schiff. Lass mir immer climbing. Schiff. 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 BeIsnht nicht wie ein Schicksal. da und ich habe auch ich habe auch mit der Fettkarte kugel Einen habe ich. Zweiten habe ich. Zweiten habe ich. Das ist Hamburg. Na links bitte. Oder das? Hab ich. Ok wir haben halt mitgeholfen. Du musst doch springen. Das habe ich. Tausendmal. Ich glaube da hat jemand seinen Richtig gemacht. Ja hier. Hey Lucio mach uns doch schneller. Danke. Du musst in die Mitte. In die Mitte. Du musst sie capturen. Du musst aufhören. Ich bin je. Ich bin je. Ich bin ich bin ich bin. Ich bin ich bin ich bin ich bin. Ja hier ich bin. Da haben die. Oh, drück direkt wieder gleich... Drück mal, äh, Schiff. Jetzt können wir uns wieder heilen. Wir wurden geheilt. Ja, mit dem Bond. Ja, easy. Willst du dich? Na? Ja, warte, wir gucken uns das mal an. Wer wurde denn? Victory... Wer wurde denn Highlight des Spiels, zum Beispiel? Glaube ich auch. Ja, okay, komm, gucken wir uns das mal an. Nein. Guck dir aus, sowas hier. Ja, das ist mit seiner Sicht. Okay. Ne, jetzt gehen wir mal an. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Okay, Leute, das sind wir in der zweiten Runde. Ich spiele Senjata. Na? Ne, das, äh... Ja, das war richtig. Dann läst du sechs Kugeln auf. Und kannst wieder noch einmal schießen. Okay. Ja. 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 Wenn da so einer steht, so mit einem Ausdruck, dann muss sie zu dem hingehen, weil wir ihn dann heilen können. darum ist die ganze betriebe um das damit darum wir haben die widow geheilt habe ich die 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 das kann die war da ist der andere am besten sind da hat sie nicht gefehlt es war die ulti von hamburg kann man nicht ich weiß wir haben mich aufgehalten dass er unseren Punkt defiedet er läuft jetzt wieder zurück und jetzt haben wir wieder unseren Punkt gesaved er ist der andere Zenyatta ok er hat uns wenn man Emi nicht gut hört er redet einfach zu leise ja ich bin schlecht also heute Kappa erste Runde gewonnen wollen wir vielleicht noch einen anderen Helden versuchen wieder Tracer dann hier auf Tracer Rebar ist cool überleg mal gut ist mach schnell okay 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 ich kann mit Schiff Schattenform machen und er mach mal ja recht er kann recht kommen Link 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 und es gibt noch ein Teleport in der Macht Kapitel nochmal und sterblichkeit Punkt rein jetzt zurück jetzt Ach egal. Oh fuck, alter. Einfach schießen. Einfach schießen durchgehen. Okay, wir nehmen einen an. Racer ist, äh, hier. Stop it, nicht. Äh, continue, ja. Du kannst es nicht richtig und ich kann es auch. Weil wir beide können... Nein, wir beide können das machen, wenn wir wollen. Das heißt, das ist eigentlich voll gut, weil dann... Zurückgespült. Ich habe mir auch mal mehr Leben bekommen wieder. Da oben am besten. Oh nein, das ist wirklich die Beste rum. Okay, das kann abpackt werden. Das kann abpackt werden. Nein, nicht die ganze Zeit. Das kann man selber beschwimmen. Bleiben mit das nur Tracer. Hast du Tracer? Ich höre den Wästchen. Ja. Ja. Wohin? Okay, wir spielen jetzt Leute. Ja. Aber was ist denn letztlich? Hatte sie nicht. Doch, richtiges Ziel. Ah ne, eine Granate, im Schluss. Mach mal nach unten, guck mal nach unten. Ey, nach unten. Heilungsset. Oh, wir haben gewonnen. Läuft. Ne, das war's. Sollen wir nicht sagen? Das war's mit der? Wunde. Und? Mit der? Maul-Kernstatt-Challenge. Genau. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Wenn ja, lasst was. Oder was Positives, besser gesagt. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste. Monat. Nein, schwarze Woche. Genau. Bis zum vierten Advent. Tschüss. Hatte Wein. Mein Pfiff ist lecker. whenezпол. God하. Ich komme aus. Ich komme aus.